In einer deutschen Fallschirmjägerschule. Hier wird der Nachwuchs der grünen Teufel auf seine kommenden Aufgaben vorbereitet. Bodenübungen auf dem Sprungfeld. Bodenübungen auf! Wer feint noch die Morgen und auf! Fertigmachen zum ersten Sprung! Wer kann die Motoren in Wolkart hinein? Kommt los wieder, Teufel geht es um frei. In die Maräe, in die Maräe, kann man ab, da gibt es ein Zurück. Dann in der Fernsehung gewollt, kommt es, aber nicht doch mit. Dann in der Fernsehung gewollt, kommt es, aber nicht doch mit. Dann in der Fernsehung gewollt, kommt es, aber nicht doch mit. Dann in der Fernsehung gewollt, kommt es, aber nicht doch mit. Dann in der Fernsehung gewollt, kommt es, aber nicht doch mit. Mann auf Mann tut bedenkenlos den Sprung in die Tiefe. Nach der Landung blitzschnell an die Worten. Dann in der Fernsehung gewollt, kommt es, aber nicht doch mit. Dann in der Fernsehung gewollt, kommt es, aber nicht doch mit. Dann in der Fernsehung gewollt, kommt es, aber nicht doch mit. Dann in der Fernsehung gewollt, kommt es, aber nicht doch mit. Vielen Dank.